Nebemission, ich komme. Wo ist der Straßenmusiker? Toller Straßenmusiker auf dem Dach. Was haben wir denn hier? Notfallmaßnahmen. Diese Eismänner haben unsere Medizin gestohlen. Können Sie sie zurückholen? Natürlich. Und schon wieder Laufbursche spielen. Ja, 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 ja. Ein netter Empfang. Genau, Deko! Oh, dieser komische Eisstrahl, ist er. Du bist nicht Mr. Freeze. Auch wenn es... 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 Such Schutz oder sonst irgendwas. Zapft doch irgendwas an. Hier gibt es doch genug, angeblich. Und verteidigen diese Peck hier auch mit Maus und Mann. Hält aber einiges aus, der... Jetzt kriegt er. Jetzt kriegt er nochmal was zu Futter. Das ist dann... und das Feuer verstärken und verstärkt mich gleich mal immer hinter den blöden Eisschilden da weg mit euch aber wo ist jetzt der Päckchen nach der ist ja noch einer und wieder in den Popo gestoppt ganz in eurer Nähe meine Freunde nicht nur eine hallo Lämpchen sehr gut na jetzt rutscht doch nicht immer vom Dach runter hier cool ist los das Wasser ist zwar auch meine größte Wasser aber zugleich auch ein richtig großer Schwankpunkt von mir schlimm brauchst du wohl ab mit deiner das Wasser ist zwar auch meine größte Wasser aber zugleich auch wir halten aber auch was aus ist ja wir halten aber auch was aus ist ja genau bombt euch alle mal selber weg strom 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 ich bin auch jeder von stromlasten man jetzt zappt die n die ab die 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 ob er noch umsteht die külühe die weg ist es er hat den neuen und schön millionen würden warte mal das ding geht auch kaputt glaube ich gut zwei pakete habe ich zwei pakete fehlt aber die werden ja auch gemacht das ist ja der hammer ich möchte mal ein paar Passanten umbringen aber hier sind ja nie welche nee hoch komm schon irgendwo hier muss das Päckchen sein guck mal überhaupt kein Widerstand hier oben nehmt mit, oh da steht einer egal und blup ihr seid alle hier so nett versammelt ich hab was für euch auch da kommen sie wieder die nicht so schön weggesteckt worden sind oder wie oft taust du denn da drauf das ist ja schrecklich wenn du mal triffst das begonnene beenden das begonnene beenden so drei von vier fehlt nur noch eins glaube ich bin ich richtig aber ich nehme direkt das Päckchen ich hoffe ich habe nichts dagegen auch ach mit dir auch so weit ist natürlich auch eine Variante einfach mal drauf ich werde schon irgendwas treffen jetzt nimmt einfach mit so genau lass die Zeit steckt weg und jetzt Lauf Lauf aber nimm noch ein bisschen Strom mit ja ja lass sie einfach mal ballern da ist egal ihr verfolgt mich bis hier ihr seid und ich werde hier Herr Doktor, Herr Doktor, wo sind sie? ich hab die Medikamente Notfallmaßnahmen Mission abgeschlossen Zähne nehmen Mission und bis zum nächsten Upgrade durch ihre Taten sind sie wieder etwas heldenhafte geworden maaaann und ne Klinik freigeschaltet neue Kräfte erhältlich mit in 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hier ist er. Feinüberwachung. Ich habe einen dieser Ice Freaks hier rumschleichen sehen. Sie könnten ihn zu seiner Basis verfolgen und sie alle erledigen. Ist klar. Ah, jetzt kommt er da nicht hoch. Mann. Moment, ich bin gleich da. Das haut er wieder ab. Halt dich fest, Mensch. Dann kommen sie aber wieder gleich weg. Ich habe ihn doch noch gesehen. Der ist ja da vorn. Dann fangen die auch noch mit den Ruden an. Also Quatsch. Ja, ja, komm, ich gehe jetzt einmal hier rum, dann die Treppe raus. So. 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 und hier habe ich eben verloren um auch immer da ein Quatsch ach guck mal wenn das hier nicht die Basis ist genau auf Feuer das machen wir alle Feuer hinter mir dann hier wo sind der Dicke da Ich weiß nicht, sie war irgendwie voll grad keine Orientierung, egal. Kann ich hier noch rüber? Natürlich. Hallo dickerchen. Ich weiß nicht. Da ist nicht gut. Oh, das geht los. was nicht mit mir aber das wasser irgendwie werde ich jetzt immer wieder gut dann sondern wenn man was dann nach schlachten und dann mal gucken wie gut ihr mich empfindet einmal böse hier 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 die diese idioten verdienen es nicht anders eigentlich würde ich das ein bisschen beschleunigen aber nein ich habe ja nicht getroffen wo ist mein weg hoch ach da ich sehe nur wie weil man ja hier bin ich richtig so und jetzt gehen wir mal recht über die brücke das heißt gehen kommt schlinder mal lieber mann und werden mal ein bisschen terror und schrecken verbreiten mieter ab und mal direkt nun Haufen von Passanten ihr habt daran zu spielen genauer springt an am besten ins Wasser ihr Flaschen